Hallo, willkommen beim Fischen. Ich habe gerade Kopfhörer an und höre mir die Pico Sound an. Vielleicht werde ich hier mal eher reinschneiden. Mal gucken. Der Pico Sound ist schon mal... Also, bei mir ist es auf der Liste. Ich höre ihn öfters. Gefällt mir halt so hin und her. Ist natürlich Geschmackssache. Aber beim Angeln ist das normal. Sollte man machen. Ein bisschen Musik. Nun ja. So ist das halt eben. Das ist halt ein bisschen schwer, deswegen ein bisschen Musik. Schön. Also das Angeln finde ich gut. Man braucht nämlich keine Würmer oder sonst etwas. Keine Köder. Ich hoffe nicht, dass die Entwickler das schauen und dann irgendwelche Köder hier reinbringen. Das wäre nämlich nicht so besonders gut. Wobei... Bei Dead Redemption 2 online Natürlich auch viele Angeln. Also das gefällt mir ziemlich gut. Also den Spielen... Eigentlich würde ich nicht angeln, denn... Da muss man den Fischschein machen. Muss man... Ja, da muss man vieles machen. Was ist denn hier die ganze Zeit? Ein dämlicher Vogel. Was wünschst du denn hier? Von Felsen zu Felsen. Und ich kann nicht abknarren. Ich muss mir den Bogen machen. Oh nein, 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 nein. Ich habe nicht drückt. Aber die Angeln selbst? Die ist eigentlich relativ gut geworden. Also... Grafikmäßig ist es ziemlich gut gemacht. Sobald hier... Ja... Ja, ne doch schon... Ist relativ gut gemacht. Selber nur, dass man nicht zusammenziehen kann. Aber ansonsten ist es... Doch schon... Relativ gut. Und ich... Und ich tatsächlich... Ja, das tue ich drauf. Das haben sie gut übernommen. Hier kann ich auch nicht weggehen. Ist drinnen. Zwischen dem Daumen zeigen. Fingerns drin. Er bewegt sich nicht. Hoch, runter aufs Stein. Aber... Rechts, links geht nicht. Das ist gut. Und das mit dem hier? So... Für ein Pico-Spiel. Relativ gut übernommen. Und hat sogar Qualität von dem hier. Und hörst du auf, hier irgendwas zu machen? Was ist denn das hier los? Mensch, 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 Mensch. Hatten uns das Gefühl, dass ich sie irgendwie mit Absicht genommen habe. Mal gucken, was da ist. Mal gucken, was da ist. Mal gucken, was da ist. Mal gucken,是 nicht. Mal gucken, w団οι citypaced. Ach, das ist converwاج,걸. Ich collector auf, beloved Haben aufmelde, Mal gucken, was da ist. Dasstick mir bis an Sabi zu 같아요. Ach, das ist vielleicht hierquiera... Mal gucken, wir spielen. Oh, da ist doch drauf! Okay, wo ist der dämlicher Vogel? Schade, die Leine kann man nicht so ein bisschen rausziehen, damit man ein bisschen zu erweitert. Das ist schön leise, äh langsam, Knappst, drin ist es, Knappst, wie komme ich auf Knappst? Schaut, dass ich bei Pico hier nicht Musik anmachen kann, wenn jemand schaut und ein bisschen einen Plan hat, für einen Browser, der im Hintergrund laufen kann und YouTube abspielen kann. Dann wäre er ziemlich spitze. Ich habe das schon gefunden, Schatz. Warte mal kurz. Genau, die habe ich schon gefunden. Wobei nein, die habe ich nicht gefunden. Aber das ging nicht zur Quest. Sprich mit dem, sprich mit dem, sprich mit dem und hier, sprich mit Mike und finde einen Schatz. Gut. Hätte ich gewusst, dass die Quest jetzt kommt, hätte ich schon den Schatz nicht aufgehoben. Da war nämlich im Container so ein, äh, ein Foto, ein Polaroid-Foto. Und, ähm, ja, war ein Bild von einem, äh, weiteren Container, diverse Fenster und irgendwo da nebendran ist ein rotes Kreuz gewesen. Und da war tatsächlich was. Das ist eine kleine Box. Und, ja, da waren eine Menge Sachen. Das Inventar war halt voll. Ich habe es halt nicht aufgenommen. Wollte halt nicht spoilern. Aber jetzt habe ich es erzählt. Aber ich habe es nicht gezeigt. Das ist das Wichtige. Ich habe es nicht gezeigt. Es gibt hier viele Container, also daher. Und ich brauche ein bisschen mehr Geld. 909 habe ich noch. Hör auf zu knabbern, sondern beiß ankommen. Jetzt das erste Mal, dass es so lange dauert. Ein wählerischer Fisch. Ja, komm. Hör auf. Ich hasse das. Ich spiele extra die Story oder Solo. Damit kann ich spiele mich irgendwie im Hintergrund, damit wir nerven. Kann man so zu weh. Hör auf. Hör auf. Pick an. und dann noch mal. Noch mal. du hast mir so viel stress bereitet da oben beim wasserfall die ecke da finde ich nicht gut der gnade wo der vogel flinkt die rechte seite müssen sie ein bisschen was machen damit es ein bisschen besser aussieht 7 3 6, 7, 8, 10, Moment, und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wie kommt es auf 7? Ach ja, stimmt, das ist ja auch noch rausgefischt. So, stopp, Moment mal. Verwenden. Ja. Schaut, dass man wieder nichts so machen kann. Wenn wir uns verspritzen. Ja, geht's auf. Uh. Okay, es reicht mal ein bisschen. Jetzt kämmert ein bisschen. Also echt jetzt mal. Übrigens. Cooles Teil. Also, mir gefällt's. Und den Vogel kann man nicht abschießen. Was ist denn das für ein Mist? Südlager. Ich kannte gar nicht hin. Ich hab schon viele hier erkundet. Karte. Ich war hier, ich war hier, ich war da, da war ich nicht. Hier, ja, 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 ja. Hier. Da war ich, ne? Doch, 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 doch. Hier war ich jetzt auch. Hier war ich tatsächlich auch, und zwar kann man.. jetzt aufs dachdruck klettern hier also nicht aufs dachdruck klettern kann man auf jeden fall reingehen, loot sammeln, knochen in die luft jagen, da auch, naja wo überall knochen sind kann man halt eben ein paar sachen in die luft jagen, aber wo sich das kommt dann die zombies kommt dann aus dem dings heraus wenn man das in brand setzt. hier drin war ich noch nicht hier ist nämlich die brücke die ist verstärkt mit kisten und hier bin ich noch nicht darüber gehen kann ich weiß nicht mal ob man darüber gehen kann aber vielleicht von zeit zu zeit so was noch wo war ich wo war ich nicht genau nur bis zu der brücke da wird auch drauf geklettert da kann man sachen sammeln also wenn man klettern tut ist immer ein item was man aufsammelt und dann kriegt man halt immer erfahrung dass man geklettert ist genau ansonsten habe ich das erkundet hier war ich noch nicht und ich habe wieder hunger das ist sicher ein estimulator nicht hier ein überlegungs gedöns stop 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 habe ich habe ich nicht und zwar mein zauberstock moment auch das kaputt gegangen kraften stock das ist ein pfeil ok für pfeil brauche ich sterne ok äh wir brauchen einen stock und zwar zwei taten ok und eins erstellen dankeschön so jetzt kann man hier was kochen oder braten ja okay okay und ihr Zitzen so die fische geben am 20 prozent sättigen deswegen ist besser als die zwei das hat nur fünf prozent genau aber nicht jeder fisch gibt 20 prozent manche mehr manche weniger sogar der größte fisch der hier oder ein anderer wird nicht mehr weg als das war dazu gewinniger seitdem als der kleinste 20 25 ist sogar der kleine kleine als der herr jetzt mal mit den hier die großen wieder rauch hier geht so mal gucken was es da gibt so hier ne warte 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 doch das ist 15 das ist klump dann haben wir dann hier und wo war da ich glaube noch haben wir müssen ja 25 keine ahnung solange es weiß ist gut nicht schwarz ist schlecht so mal gucken 30 man muss immer drauf klicken sonst kriegt man den gebraten was man gerade hat wieder zurück ja so also 15 prozent 20 prozent 25 prozent 30 prozent ja komm zack zack jetzt ne goa tomaten kriegt man am leichtesten und die sind immer da so 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 wenn ich jetzt mal schon wie viel vermasselt habe eine tomate naja besser eine als alle ja prüzi 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 und selbst ich wünsche mir so jetzt noch keine antwort wieso fragst du mich nicht oder wo denn doch mentor oder in winter änge ja schon das kleine alles auf essen danach der rest und das ist hier waschmittel hier kein wasser dass man nicht mal wieder zu machen kann das ist doch bescheuert aber vielleicht kommt mal was mal abwarten ich habe ein diskut bei den ich sehen dass sie dann noch an sich diverse sachen noch rumtüften zumindest am anfang des jahres ende des jahres haben sowas präsentiert ob es jetzt für pico vision war oder andere version oder ins gesunde ja keine ahnung die haben ja noch auch der andere spiel am start so ich brauche ein bisschen munition wird sie das her und zwar 12 ich glaube das ist sogar ein bogen wird auch nicht schlecht denn wollte ich doch mal da ich ja gerade mal so richtig günstig warum kann man ja werde ich haben warum kann ich mit dem ich selbst erstellen braucht man doch ein sal und links so ein quest in den schatz für richtig karte wie soll ich so viele sachen dabei was soll die karte und den schatz habe ich schon gefunden genau das hier jetzt ist es dann das hier ja komm das ist hier kann ich keine markierung hinmachen weiter 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 jetzt geht nach oben ja das ist doch schon hier markierung x wie mache ich das mit y drücken drücke ich passiert nichts naja also wenn ich wo raus gehe komme ich dahin den weg verfolgen nein den weg herunter verfolgen einfach geradeaus ok geht ja fast das erste mal mit dem unterwegs und dann man geht sie bewegt sich so schwer bitte in reihe ja wenn ich unternehmen schieße komm 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 danke die lief gut besser als ich dachte moment wahrscheinlich dahin also die karte ist schon ein klump das ist hier oben dann nach hinten geht es zum dingens karte ist wirklich klump da ist die brücke hier bin ich das zeichnet falsche richtung an die Hörnchen, geh mich auf oben, auch kein bock mit euch zu spüren, geh weg. Das gute an den Zombies ist, die gehen gleich wieder zurück, in eine bestimmte Radius. Das nehme ich für später. Ich mache erst mal eine Karte, dann noch die andere. So, ich bin jetzt hier und ich muss da hin, einfach hier runter. Da ist die verrückte Zombie. Oder die Brücke und dann legen sie, wo sie zu der hin. Na gut. Mal gucken, ob ich treffe. Schon hinten wird mich am gegriffen, verdammt euch mal. Achtung, toll. Nicht mal einen Loot, nichts. Nicht mal einen Loot, nichts. Da habe ich einen Schatz gefunden. Da. Ja. Bitte. Habe ich jetzt Mission erfüllt? Ja, jetzt zurück in den Dings. Okay, aber ich hole jetzt noch den anderen Schatz. Der hier irgendwo ist. Warte, 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 warte. Genau. Ah, Moment. Das ist der. Karte. Na ja, hier muss was sein. Hier rein. Da. 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 Du. Das Gute ist, man kann die einfach so schubsen. Das ist ziemlich gut, nicht viele Spieler haben das. Da ist der Schatz. Dokumente? Was sind das für Dokumente? Dokumente. Okay. Schon mehrere? Okay, okay, okay. Da oben ist nichts mehr, oder? Nein. Genau, da muss man immer hochblättern und da in den Gegenstand nehmen. Damit es dann gezielt, dass man hochgekommen ist. Pisschen, Pisschen, ja, verwenden. Karte. Ähm. Das ist eine Straße. Da ist eine Brücke drauf. Eine Brücke, eine Straße, das ist aber nicht das. Okay. Besser. Äh. Nein, ist es nicht. Okay. Keine Ahnung. Dann gehe ich mal zurück. Gehe ich die Quest ab. Gehe ich die Quest ab. Wobei, nein. Ich guck mal nochmal da hinten. Hier ist nichts. Gänze. Die sind immer überall. Hier kann man nicht reingehen. Auch nicht draufklettern. Hier ist nichts. Gehe ich dich. genau das foto findet ihr hier ich dachte etwas läuft aber ich habe ja die musik hier mit komische hintergelöschen hallo habe ich immer noch die quäste recht zu abmuxen ich habe ich nicht sehr schön muss ich also nicht abmuxen ok wie viel platz habe ich noch 10 ok ok ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist nix drin. Im Wagen. Hier ist immer irgendwas. Ja, nix. Klopapier. Ist wichtig. Braucht man jede Apokalypse. Klopapier. So scheißt man ja. Äh, so kann man ja nicht. Wischen. Das Pöpöchen putzen. Klopapier also wichtig. Hase. Ich war weg von dir, du Arsch. Ich hasse das, wenn das Spiel unfair ist. Ich war weg von dir. Achja, ich hab mir hier einen Rucksack gekauft. Tja, aber das ist einfach nur Deko. Das hat nix mit mehr Platz zu tun. Das ist doch beschiss. Korset 800. Hab man den Gröschen gekauft. Und das bringt nix. Was ist das für ein Schrott? Ich bin ehrlich. Wenn's Deko ist, weißt du, dann nix ein paar Pfennig. Auf der euch hab ich keinen Bock. So, hier bin ich. Stratz entlang und da kommt ein Wasser. Ach, ein 20 Schuss hab ich. Ah, muss ich dann schießen. Die können anbieten und nicht vorbei gehen. Oh, 18. Grüß dich. Okay, was geht. Okay, ich muss nach oben. So lange, wenn du dich nicht anschießt, landet er nicht. Jetzt landet er eine schwarze Vorderküste. Ja. Oh, schon 20er Bereich. Hier ist ein Haufen. Du lässt nicht reinschießen. Hier ist irgendwo ein Schatz bei einem Tor. Bei irgendeinem Tor. Okay. Maus. Oder Ratter. Was ist das denn? Quitscht auch noch ums Überleben. Die verschwinden hier. Ja, wieso kann man das nicht stapeln? Mehr als sechs Stück geht wohl nicht. Fünf. Und da kauft man sich noch extra ein riesiger Rucksack. Gut, dann lasse ich das. Das nehme ich mal mit. Man weiß nie. Ich bin abgelöst. 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 Lass mich mal durch. Oh, da kann man nach oben. Maus erschreckt mich nicht. Oh, hallo. Oh, hallo. Ja, ja. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Komm mal. Und stell das kurz ab. Ja? Komm. Komm mal zu mir. Und tschüss. Na, na, lass meine unsiegbare Füße hin, du. Guck, guck. Toll, ich hab keinen Platz. Das hat gezählt? Hä? Ich hab 55, von so hat das andere nicht gezählt aufzunehmen. Ja, gut. Das geht so. Guck mal, was hinten ist. Auf die einfach nicht schießen, die kann man ignorieren. Zumindest ein Teil. Ok, Benzin habe ich nicht, nein. Wenn ich da hinten rein, wird gefährlich, wenn ich da stecken bleibe. Ja, gefährlich. Steine stecken, ok. Ein Reihe! Endlich mal ein anderes Lebewesen. Oh, das nervig. Den Grünmusik erledigen. Oh, das nervig ist. Wenn ich ja nichts ins Treffen würde Und nicht mal ein Loot Ich habe keine Medikamente dabei Geht nichts für uns, oder? Nein, gut Krachten Blaue, rote Blümchen Da Habe ich? Habe ich Nochmal blaue Rote? Nein, blaue Blümchen Benjamin, Blümchen Wo bist du? Was ist denn da oben? Achso, das ist der Lebensfalke Blümchen Lass mich hören, du Du kommst mit mir da zu spüren Brauch Blümchen, ein blaues Blümchen Wieviel habe ich Platz? Eins habe ich noch, okay, äh zwei Ja ja, hallo hallo Ich habe euch gesehen Keine Sorge, ich übersehe euch nicht Nur Pilze Oh komm, echt jetzt? Hier rein, okay Was will ich hier bitte? Hier auch Dann ist hier hinten Ist das Wirst du aber langsam, okay? Ja, danke Blümchen 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 Als ob es nah dran hübschen wieder auftut Meine Güte Ich hau mal hier ab Das Land ist entfernt, no? auf den habe ich keinen bock da entlang muss ich wieso weg weg habe ich noch eine kapsel nachher nicht Ach, nöööö, Scheiße! Fuhde, hopp! Zumindest kommen wir zur Basis Hey, Wattel hier Awww. I've been working on this junk for a few days, but I miss it. Head over to the hydroelectric plant find me and you bring those to me. How are you doing? See you next time! Have a nice day! Hi! I thought I came back again. And I thought I had a good day. But I didn't. I thought I had a good day. So, then I put the cards here. I put the cards here, which I already completed. Because they don't exist. But you can see them not. I don't know. 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 ich glaube ich muss erst einmal absteigen damit ich noch was machen kann Pistole kann ich nichts mehr upgraden das ist ich habe nicht nur eine schrift war eine Pistole muss ich mal feststellen und das dauert halt eben so mal gucken was man kaufen kann hier ist eine andere Pistole macht wahrscheinlich mehr schaden definitiv bestimmt hier steht nämlich nichts was das für ein schaden das ist nämlich schaden der unterschied zwischen eine oder andere Pistole ich habe das P90 gekauft weil ich nun mal die Waffe mag vom aussehen her ja die streut ein bisschen aber ich mag sie halt nichts zu machen wenn man halt seinen favoriten hat dann braucht man nicht lange überlegen warum man die kaufen soll warum nicht auch wenn es nicht viel sinn ergibt so ok das kann ich alles zurücklegen ab gehts ob man da drauf gehen kann komisch einige Gegenstände werden nicht angezeigt also kann man die gar nicht reintun siehst du eigentlich mit dem scheiß Papier hier ich glaube ich mach mal hier ein paar blaue habe ich ok Medikamenten jetzt habe ich so das andere ist zu spät ich habe nichts mehr ausdauer ok und das andere ist gesundheit was war das das wäre wahrscheinlich besser ja egal was passiert ist passiert kann man nicht mehr zurücksetzen du scheißvogel ich habe nichts mehr ausdauer ich habe nichts mehr ausdauer ich habe nichts mehr ausdauer fische 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 oder kochen kampf kritische schaden was ist das das wäre natürlich nicht schlecht aber das ist ein Punkt her damit weniger treffer das wäre natürlich nicht schlecht aber das ist ein Punkt her damit weniger treffer schuss nächstes kommt das ist eigentlich nichts besonders hier klettern weniger ausdauer ich habe tatsächlich darauf nicht geachtet ich habe bis jetzt noch nicht mal den bogen die skills verbraucht das war ein fehler ja muss ich das noch machen wie viel braucht ihr Level ab oder gut noch ein bisschen noch eine menge ok gut hier mache ich Cut hier mache ich Schluss für heute ist nämlich schon ein bisschen spät so so roger roger herrschst du mich? antwortet nicht ja? na gut gut alles sehen machen wir es soweit äh ja vielleicht geht später weiter vielleicht auch nicht vielleicht vielleicht springe ich ein paar Sachen zum Beispiel wo ich ein paar Sachen am fischen bin äh dauert halt seine Zeit ne guckt sich sowieso keiner an das Video wird sich wahrscheinlich auch sowieso keiner anschauen naja ist halt typisch ich schaue meine Videos eigentlich selber immer an beim schlafen gehen dann gibt mir eine Art von das gibt es mir eigentlich äh genau meine Müdlichkeit steigt gut dann gute Nacht guck jetzt im 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 Vielen Dank.